Wow! Also meine Damen und Herren, versuchen wir das nochmal mit dem A-Team. Mit der Musik, wenn ich das hier mal hinkriege. Der erste Teil ist gar nicht so einfach, weil ich habe jetzt schon so eine andere Melodie im Kopf, aber gucken wir mal. Also, Fluppy pfeift das A-Team. Sekunde. streik. Hmm. auch der 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 die pfeift nicht mehr der 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 in den der 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 okay gleich geht es ja los da wieder Das ist so diese Interlude, wo die ganzen Schauspieler vorgestellt werden und so. Und... Okay, ein bisschen verkackt. Ja, die kein J dee! Ja, die... Daaa! Oh, wo die... Lalalala 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 Wie lang ist dieses Intro? Lalalala Ich kenne den Teil des Songs nicht mehr Ja! Fucking own it! Mayday! Mayday! Nein! Scheiße! Aber das war eine geile Runde, liebe Dörfen und Herren Und das war der Fluppi! Ja! Nuh-hah-hah-hah-hah-hah!